Willst du beim Investieren zu den besten 20% der Privatanleger gehören? Dann starte jetzt den ETF-Hack. Warum kompliziert, wenn es doch einfach geht? Mit nur einem ETF kannst du von Anfang an breit diversifiziert und weltweit investieren. Der MSCI World lässt sich zum Beispiel schon nach einer Sparrate von 25 Euro global diversifiziert investieren. Und Apple, die aktuell größte Position im ETF, macht gerade mal unter 5% im ETF aus. Aber Achtung, jeder ETF passt zu dir. Der ETF sollte auch mindestens 100 Millionen Euro schwer sein, um Langfristigkeit zu sichern. Auch die jährlichen Kosten sollst du im Blick haben, die sogenannte Total Expense Ratio. Diese sollte nicht über 0,3% liegen. Apropos Kosten, auch die Sparplankosten sollst du im Blick halten. Nutze einen Broker wie zum Beispiel den Zero Broker, Link im Profil. Dort hast du zum Beispiel keine Kosten für Sparplanausführungen. Und Einzelkäufe über 500 Euro sind auch komplett ohne Gebühren. Und dann noch das Thema Rebalancing. Keep it simple, aber schau auch auf ETF-Sicht, dass du dein Portfolio im Blick hast und gelegentlich Anpassungen vornimmst. Zum Beispiel durch Sparplanerhöhungen, Sparplanaussetzungen oder einfach, indem du einen anderen ETF besparst.